Der Endstand im dritten Airport-Cup-Spiel zwischen Rappel, Nikosia und AC Sparta-Prag. Das Spiel endete mit 1 zu 1. Torschützen, die Nummer 8, Matej Kowski für Sparta-Prag und die Nummer 20 für Apel, Nikosia, Adorno, Osmar, Aldo. Wir bedanken uns für Ihren Besuch und wünschen Ihnen eine angenehme Heimreise. Morgen an Selberstelle um 18.30 Uhr das Spiel zwischen SV Wien und CF Cluj aus Rumänien. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020